Auch ich war einst blind, wie der Bruder vorhin erinnert hat aus dem Evangelium nach Lukas. Viele Jahre war ich in großer Sünde. Ich habe eine andere Karriere eingeschlagen im Leben. Oh, nach seiner Gnade bin ich hier. Heute bin ich und stehe mit euch und befüge mich in diesem Gottesdienst, weil es seine Gnade ist. Er gab mir das Leben. Und es sind schon acht Jahre, wie ich wiedergeboren bin. Nach seiner Gnade durch das Heilige Blut Jesu. Ich möchte nicht viel Zeit einnehmen. Ich mag es nicht, mich an das frühere Leben zu erinnern. Aber ich kann es auch nicht vergessen. Weil, wie Apostel Paulus gesagt hat, ich strebe nach vorne und vergesse das, was hinter mir bleibt. Ich war im Haus allein und war schon sehr müde. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich war wie im Hamsterrad. Ich war sehr abhängig. Von verschiedenen Suchtmitteln, Alkohol und Drogen. Und viele Probleme entstanden dadurch. meinen Verwandten und Bekannten. Aber der Herr, unser Gott, er hat zu mir gesprochen und hat gesagt, wenn du zu mir kommen wirst, werde ich dich erretten. Ich war allein im Zimmer, es war schon sehr spät. Und mir ist, als ob jemand zu mir spricht und sagt, komm zu mir und ich werde dich retten. Wenn du aber in der Welt bleibst, wirst du verloren gehen. Als ob mir so die Wahl gestellt wurde. Ich war wie der, in dem Bad Bethesda, der 38 Jahre lang in der Krankheit dort lag. Nur, dass es bei mir 30 Jahre war, nicht 28. Und ich habe gewählt. Und nach einigen Tagen bekam ich eine Benachrichtigung. Wenn du es möchtest, kannst du vorbeikommen. Und im Jahr 2014 kam ich in ein Reha-Zentrum. Und bis heute wird diese Arbeit in diesem Reha-Zentrum geleistet. Und auch ich darf dort mithelfen. Wisst ihr, wir sind vor Gott etwas Wertvolles. Er findet uns in dieser Dunkelheit. Und führt uns in sein wunderbares Licht. Er erneuchtet uns und heilt uns. Wir waren Aussätzigen. Alles, was das Evangelium über uns spricht, dass wir besessen und voller Aussatz waren, so waren wir. Und als ich schon zwei Jahre in diesem Reha-Zentrum war. Vielleicht etwas weniger. Vielleicht halbe, ein Jahr 30. Und im Jahr 2016 bin ich dort aus dem Reha-Zentrum raus. Und als ich zum ersten Mal in diese Gemeinde oder in das Reha-Zentrum kam. Und solle die Gemeinschaft ein Gespräch mit den Dienern. Mit dem Pastor der Gemeinde. Mit dem Pastor der Gemeinde. Und er hat mir diese Frage gestellt, warst du mal verheiratet? Und ich war noch nie verheiratet. Mir war es 48 Jahre und ich war noch nie verheiratet. Ich hatte einen anderen Lebensweg, eine andere Karriere hinter mir. Und er sagte zu mir, wenn du möchtest. So bitte den Herrn, vielleicht kannst du dir Gnade geben. Und dir einige Hilfe geben. Und ich habe noch nie über das gedacht. Ich habe darüber aber nicht nachgedacht. Ich habe mein Leben so gelebt, was für eine Familie hier noch. Weil es war so, dass ich heute hier in Freiheit sein konnte, aber es war ungewiss, wo ich morgen bin. Und ich habe eins gebeten und sprach, Herr. Ich habe einige Anträge gemacht, meine Schwester. Und Sie haben mir eine Absage erteilt. Und ich habe einst mich so auf die Knie vor den Herrn gestellt und gesagt, Herr, wenn du möchtest, dass ich alleine bleibe, gebe mir Kraft. Damit ich dir treu bleibe. Wenn aber nicht und du mir eine Gehilfe geben möchtest, dann führe mich selbst. Und ich habe noch zwei Töchter. Und ich habe noch zwei Söhne. Und er hat mir Gnade erwiesen und mich in dieses Haus gebracht. Und ich habe mich in diese Familie hinein geführt. Und er hat mir die Aufgabe teil, für diese Familie zu beten. Das ist Gottes Gnade. Deswegen stehe ich heute unter euch. Am Leben. Das ist seine Gnade. Wir können euch segnen, euch sterben. Ich war einst schon mal hier. Es sind schon drei Jahre ins Land gezogen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Und mein Herz war vom Zerreißen. Weil ich war noch nie auf so einer Versammlung anwesend. Heute aber schon zum zweiten Tag. Und ich wünsche, dass der Herr euch segnet und die Eltern hier stärkt. die Wahrheit, die Freiheit gibt, klaren Verstand, die Kraft gibt und vor allem Freude. Denn all dies ist bei Gott vorhanden. Und er sagt, suchet und ihr werdet finden. Klopft an, euch wird aufgetan. Möge der Herr euch stärken. Slau Gott. Slau Gott.